Wir haben gerade eine Zwangspause gemacht, weil es geregnet hat. Wir sind jetzt noch in einem von den Offiziersgebäuden drin, aber einfach mal ein kleiner Blick nach draußen. Wenn es wieder heller wird, wollen wir euch auch nicht vorteilen. Ja, einfach nur total geil. Ja, wir gehen jetzt raus, Bergviertel weiter hoch erkunden, auf geht's. Aber kurz vorher Blick rüber, da geht es nachher noch rein, da werden wir ein paar Aufnahmen für den ehemaligen russischen Soldaten machen, sofern wir heute nicht aufgeklärt werden, weil wir waren hier gerade neben einem Wachbüro, oder eins von den Wachbüros. Ja, aber funktioniert auch bis jetzt. Sonne kommt auch wieder raus. So, hier war mal, mal zeigen, eine Schaukel. Oder besser gesagt, das, was noch von übrig geblieben ist. Ja, für Kiddies halt. Vielleicht war hier auch mal ein Vorplatz früher. Ja, und da hinten gehen wir jetzt hin, wo das ehemalige Heizhaus stand, wofür wir früher immer reingegangen sind. Aber steht nicht mehr. Genauso wie die Wohnkomplexe, was ich gesagt habe. Ja. So. Und in dem Bereich machen wir gleich weiter. Bis gleich. So. Jetzt geht's dann halt runter. In die größeren Gebäude rein, die vor vielen Jahren noch tatsächlich richtig gut erhalten waren, auch mit Inneneinrichtungen. Ja. Bis jetzt keine Security. Nur ein freundlicher Landwirt, der gefragt hat, ob wir eine Genehmigung haben. Wir haben ihm halt kurz erklärt, was Sache ist, dass wir einfach nur ein paar Bilder machen wollen und filmen. Und haben wir uns gegenseitig einen schönen Sonntag gewünscht. Ja, hat doch gut funktioniert. So. Und wer sich erinnert an die Videos, die vor vielen Jahren entstanden sind, wo ich mit Marcel unterwegs war, unsere Offizierstraße. So. Und hier gehen wir jetzt ins erste Gebäude gleich mal rein. Wollen wir mal gucken, ob wir dahinter Richtung Ausgang, wo es dann zur Landstraße geht, tatsächlich noch ein Teil vom alten Kaufhaus steht. Aber gerade Spekulationen, wir wissen es nicht. Wie man schön sehen kann, alter Strommast, wo auch obendrauf sehr oft Telefonleitungen mit angebracht waren. Ja. Und jetzt schlagen wir uns hier mal durch. Und wie man sehen kann, ist das Ganze schon ganz anders aufgebaut. Vernünftige Betontreppe runter an den Seiten gefließt. Also alles ein bisschen besser gewesen. Hier auch schön gefließt. Schön abgesetzt oben. Ja. Was haben wir hier? Ja. Kleiner Unterschrank. Vielleicht Wohnbereich. Oder doch eher, ne, ich vermute, dass das so ein Küchenbereich war, weil es gefließt überall. Ja. Wandanschluss. Vielleicht für den Ofen. Okay. Ich war hier, gezeichnet, ich grinst. Natürlich. So, was haben wir hier? Teil vom Rucksack, oder? Oder von der Tasche? Weißt du, die Tasche gewesen sind? Ja. Genau, oben. Hier hat es geknallt gerade. Vom Wind irgendwas. Ofen richtig gut erhalten, wie man sehen kann. Ja. Gehen wir hier weiter. Kleiner Schrank, die Brot ist erstmal. Vor die Lampe. Bisschen mehr Licht, warte. Ah. Genau so. Ah, schön. Also wie gesagt, kleiner Schrank. Du wirst gleich willkommen mit dem Teppich zum Füßen abdrehen. Könnte man auch vermuten, vielleicht Wohnbereich, Schlafbereich. Und noch mit dem Ofen schön drin. Ja, seltenheitswert hier in dem Gelände. So viel zerstört wurden. Geht's mal hier durch. Durch eine halbe Tür. Ja. Halt, viel kaputt. Aber klar, im Laufe der Zeit. Nur ist es halt. Was haben wir hier noch? Auch noch einen Raum. Ah, okay. Hier war wohl ein Badezimmer drin. Ja, das waren garantiert zwei getrennte Wohnbereiche. Ja, weil du hast nämlich noch Bad und so. Genau. So hier schön zu sehen. Nature is coming back. Mal eine andere Ofenart. Aber auch noch heil. Ja. Unten das Aschefach. Was haben wir hier drin? Hier war auch Küche. Kannst du an die Tasche gleich aufhängen. Also alle nachfolgende Gebäude, die Straße runter, sind gleich aufgebaut. Also wir gehen aber trotzdem rein. Gucken, ob wir da irgendwas Spannendes noch finden. Aber ich vermute jetzt mal nach all der langen Zeit nicht. Auch wieder Badezimmer. Das heißt, alles komplett spiegelverkehrt. Zu der anderen Wohnung, die wir gerade drin waren. Aber die hatten halt beide von vorne als auch von hinten Eingangsmöglichkeiten. Dann gehen wir mal nach oben. Bist du sicher? Ja. Ich sag euch, ob es safe ist oder nicht. Und ansonsten gehen wir in ein anderes Gebäude rein und dann gehen wir in den Keller runter. Ja, hier muss man jetzt mittlerweile echt aufpassen. Aber es ist safe. Ja, Boden safe. Kann man schön sehen. Briefschlitz. Genau das gleiche wie unten. Die Wohnung. Alles gleich aufgebaut. Auch wieder Küchenbereich. Gleicher Aufbau. Die sind alle gleich aufgebaut. Du hast hier Erdgeschoss gehabt. Ersten Stock, zweiten Stock. Und alles gleich aufgebaut. Also von daher, zweiter Stock, Dachbodenbereich. Kann man schön Feuer machen. Auch hier Badewanne. Und eine Klo-Schüssel, die mal nicht kaputt ist. Hier war mal ein Waschbecken dran. Anschluss dafür. Und ein Klo. Nebenan brauchen wir gar nicht erst weitergucken. Wahrscheinlich auch gleich. Gehen wir noch nach oben gucken. Dachboden, ob man da hochkommt. Und ansonsten gehen wir in die Nebengebäude. Obwohl wir nicht machen. Gucken wir hier nochmal doch schnell rein. Aber es ist, wie gesagt, alles gleich aufgebaut. Geht eh nicht auf. Ja. Zahn der Zeit. Auch hier wächst es. Und da möchte man nicht runterstürzen. Wie man halt sehen kann. Mal einen Blick aus dem Fenster. Gebäude alle gleich aufgebaut. Wie man sehen kann. Aber da gehen wir jetzt trotzdem rüber. Hinten zur Mauer und gucken, ob noch ein Teil vom Kaufhaus übrig ist. Bevor wir rausgehen, gucken, ob man doch noch auf den Dachboden hochkommt. Unbeschadet. Aber es sieht halt ziemlich, kann man euch mal zeigen, brüchig aus. So, Geländer fehlt. Und da ist viel reingeregen. Guck mal, oben. Ja, alles feucht. Dach auf. Wir suchen uns ein anderes Gebäude, wo wir hochgehen können, weil wir wollen hier nicht durchstürzen. Ja, unser heutiges Kamerakind. Ich werde nämlich gleich die Kamera wieder abgeben, wenn wir dann die Straße runterlaufen. Dann können wir hier gleich rausgehen. Guter Teppich hier noch. Guck mal her. Ja, fast noch in Ordnung. Die Häuser sind alle genau gleich. Ja, die Häuser sind alle genau gleich aufgebaut. Genau. Es sollte ja auch keiner benachteiligt werden, nicht wahr? So wie heute. Aber wie man hier schön sehen kann. Die Mauer. Dahinter, rechts davon, Landwirt. Und Hinten schon wieder Privatgelände. Ja, aber wir schauen trotzdem, dass wir da nochmal durchkommen. In die anderen Bereiche rein. Irgendwelche Wandbilder haben wir gewesen. Und das, ein Swing. Genau. Genau, ein Swinger-Club. Ja, aber wie gesagt, wenn man sich die Fassaden einfach mal anschaut, komplett gleich aufgebaut. Übrigens die Straße runter. Kleine Links-Rechts-Kombination kommt man zum Casino. Sollte aber auch bekannt sein. Oha, der hier öfter unterwegs ist. So. Einmal auf. Bisschen Licht gemacht. Ah, schon Klamotten hier. Wenn man schön sehen kann. Stiefel, Klamotten. Hier wäre es mal ein Keller runter. Hier auch Klamotten. Riesengroße Plane vermutlich. Aber Komplettausstattung, ja? Hier ist Komplettausstattung. Da gehen wir erst mal rechts rum. Und man, wie man schön sehen kann, auch viel Gerümpel, Felgen, alte Farbdosen. Hier genau das Gleiche. Mal reinschauen. Schuhe. Och, wie ist das hier eng, mein Gott. Und wie man schön sehen kann, Vodka-Flasche ansonsten nur Schrott. Und das ist so eng, dass es da gerade gar nicht weitergeht. So. Ja, auch Keller, alle gleich aufgebaut. Sauber machen. Oh nein. Alter Teppich. Vermute ich zumindest. Ja, ansonsten. Ich weiß gerade gar nicht, wofür das hier mal war. Ich vermute mal für Wasser. Obwohl da ist auch ein Antennenkabel drin. Schwer zu sagen. Ob es für Wasserversorgung war, aber ich vermute mal. Tischchen. Vermutlich, um Schaunstein sauber zu machen. Ganz ein Gruß raus. Ja. Noch ein Tisch. Und auch hier noch ein Löffel. Kaputte Teller. Gläser. Hoppala. Keine Ahnung. Fleisch- oder Fischdose. Ehemalige. Tierknochen sind hier drin. So, jetzt haben wir noch einen Raum hier. Ich vermute mal Abwasserbereich. Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher. Ja, und ansonsten das Übliche. So, dann gehen wir in den Nebenkeller, wo die Jungs sind. Und was Spannendes gefunden? Knochen. Ja, im Nebenraum auch eine ganze Menge Tierknochen. Da hast du nicht mehr rausgekommen. Guck mal hier. Gute Kochplatte. Ja, oha. Viel Gerümpel. Viel Gerümpel. Mal, 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 mal an das hier. Ja. Alte Zeitung noch. Stuhl. Schuhe. Alles, was man so im Keller findet. Stiefel, Fahrradzeugs. Ich vermute mal, dass es auch hier ein Lagerkeller war für Holz, um die Öfen zu betreiben. Auch noch ein Schuh. Feuerlöscher. Unser allseits geliebter Freund. Ja, das sieht nach Asbest aus. Jetzt zieh eine Treppe runter, wohin auch immer. Okay. Okay. Wahrscheinlich auch zum Lagern. Ja. Mal gucken, ob wir in einem von den anderen Gebäuden irgendwas finden. Ansonsten geht es Richtung ehemaligen Heizhaus. Bis gleich. Ja. 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 Vielen Dank.